Kaufen. Diverse Gegenstände. Voliant. Tome. Arkan ist das, okay. Waffen. So, die Schwester hat. Ah, das Schutzzauber. Nice. Okay. Nichts von Interesse. Wenn ich mal Roben hab, hat die noch, ne? So. Äh, ich wollte hier... Ah ne, der hat auch keine sonstigen Sachen, ne? Ah, okay. Ja, okay. Dann ist es halt so. Dann... So, muss ich Level 16 für die Rüstung werden. Und Level 17 für Bogen und Streitkolben. Und danach kann ich ja gucken... Was ich sonst noch vielleicht hochlevel. Wenn ich nichts besseres finde noch. Wenn. Wenn. Halt. So. Ne. Die Waffe. Mist. Ey. Da auf dich einfach... Einfach so anzufangen, dich zu bewegen. Mal gucken, ob mir so ein Vieh gleich auf eine Rübe springt. Was hier gerade so rumlauft. Obwohl, die wären dann wahrscheinlich schon längst hier abgekrabbelt. Oh, dann ist hier noch nicht alles ausgeleuchtet. Oh Gott. Aua. Was ist das? Ich hasse es vergiftet zu sein. Fick dich! Oh Gott. Hey. Hi. Alter. Hey. Mann, Alter. Die stressen so rum, ne? So einfach geht das. Hallöchen. Na? Was sie runter springt? Nö, lass ich nicht. Lass ich nicht zu. Ganz einfach. Gibt's nicht. So. Wo kommen wir denn hin, wenn ich... Oh, ne Abkürzung. Schick. Schick, schick. Fällt mir. So. Nein. Äh. So. Ich bin jetzt grad aktuell am liebsten überschwert. Ist das denn ernst? Hi. Oh. Vielleicht hat sich was gelaufen. Interessant. Ah, das bedeutet wohl, im Umkehrschluss sämtliche... Nice. Äh. Sämtliche... Gegner hier sind... Besiegt. Schon wieder so ein Schlangenschlachter... Ding. Oh, was haben wir hier? Ein... Midas Transmutation. Warte, was war das nochmal? Äh. Verwandelt das Opfer in Münzen? Je mehr Linkspunkte die Kreatur hat, umso mehr Münzen erscheinen. Das ist nett. Keine magische Essenz. Ist auch nützlich. So. Da links... gibt es noch Bereiche zum Ausleuchten. Ist die Frage, wie kommen wir an diese Bereiche ran, weil es... Ich sehe zumindest keine... Höh. 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 Hallo? Jetzt nochmal hier. Kein Stress. Danke. Ähm. Ähm. Ah. Gut. Vergess das. Ich dachte gerade hier in dem Gebiet wäre noch irgendwas und ich habe gerade versucht dahin zu gehen, aber... Gut. War nicht nötig. Oh verdammt. Habe ich gerade vergessen... Stumm zu schalten. Ähm. Okay. Solange hier nichts rumläuft... Das Gute ist, das sieht man halt, wenn hier was rumläuft. Ich hoffe es hat das respawned mit der Zeit. So. Ach Gott. Gott! G covering Sack! Ach! Na, ich frag mich, ob da so ein Java spawnt, äh, einer dieser Diebe, ähm, sie das zu holen. Ich fänd's, ich fänd's ehrlich gesagt witzig, wenn ja. In einigen Spielen ist es ja auch so. Ich hier bestimmt nicht. Ich wüsste jetzt auch keine Möglichkeit, das auszuprobieren. Wenn du von der Seite in diese Stacheln reinläufst, passiert nichts. Nur, wenn du, ähm, 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 nur wenn du, äh, halt von oben drauf fällst. Ach, cool. Jolle, Maud. Scheiße, ey. Ja, sodass du quasi auch da durchlaufen kannst. Oh Gott, ich hab so Angst, dass die... ...Geister wieder respawn. Ich hab so Angst, dass mir jetzt einer irgendeinen Stoß gibt. ...ich bin ich dann daraufhin tot bin. Oh. Nein! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Licht. Ich muss sie mir sehen. Ich muss sehen, von wo sie kommen. Oh Gott Oh Gott Schleck mich, ey Hast du schwitzige Hände gerade? Ne, du kannst mir alles verpassen Aber nicht, nicht so Weil es halt einfach der erbärmlichste Tod überhaupt ist Das ist alles Ich hasse es Ich hatte es speichert ab Dementsprechend musst du es auch abspeichern Dass ich die ganzen Viecher nicht gekillt habe Dass ich die ganzen Viecher gekillt habe Es ist so unnötig Jetzt kommt doch nie mal was in die Nähe, ne? Aber, oh Ich müsste jetzt einfach nur irgendwo stehen Ja Ich müsste jetzt einfach nur irgendwo stehen Wo unten Stacheln sind Da fliegen die alle auf mich zu Mann, bin ich pisst, ey Melkert man gar nicht, oder? Oh, Mann Ist das dein Ernst? Mein Gott Sieg mir einfach das Zeitliche Fick dich einfach Ich schwör's dir, fick dich einfach Nein! Oh! Was ist das denn? Nein! Hoch! Boah, älter Warum? So, ich hab die falsche Waffe ausgerüst Deswegen Oh, meine Fasse, ey Das geht nicht schlimmer Scheiß wie Weißt du was? Leckt mich, ey Ich kann Doch, ich bin über 1000 Fragen Nice So einfach geht das Zack Einfach weggeflext Ha, und ich hab sie sogar geholt Was willst du machen? Ha, hab dich sogar getroffen Was willst du jetzt machen, hm? Oh Gott Oh Gott Scheiße, weil das Gott glück Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Das wäre die Flederm lyric nicht gewesen Der wäre ja gestorben Hat aber sowas von Nein Ich seh halt einfach nichts, ne? Ich seh halt einfach nichts Alter, wäre die Flederm tycker Ich wär so gestorben Ok, zum ersten Mal Bin ich froh darüber Ich kann tausendmal diesen scheiß Feuerball beschwören. Und ich mach's nicht. Ach komm jetzt. Fickt euch einfach. Ich hab doch hier mal die Taste gedrückt. Halt die Fresse. Fick dich. Oh ihr seid alle unnötig. Ganz ehrlich. Verpisst euch ey. Ihr seid jetzt nicht würdig einfach für mich gekillt zu werden. Nicht würdig. Ich brauch die Erfahrungspunkte. Scheiße. Oh, Mann. Was ist das so? Einfach nur random rumfliegen ist das Nervigste. Können die mich nicht direkt einfach angreifen? Ist denn das so schwer? Oh ja, komm, weißt du... Ne, leck mich, leck mich einfach, ne. Fick dich, fick dich, fick dich. Boah, ey, wenigstens haben die mir was geklopft, was ich nicht gebraucht habe. Komm her. Boah, dass man denen hinterherlaufen muss. Weißt du, es sind meine Feinde, die müssen mich angreifen. Mich töten müssen die, das ist deren Aufgabe. Mich aufhalten. Nein. Was machen die? Gar nichts, ey. Feuchten Scheiß machen die, ey. Fliegen einfach nur wild durch die Gegend rum. Nerven. In ihrer bloßen Anwesenheit nerven die einfach. Ich muss immer wieder in die Katakomben gehen. Ein paar Skelette töten. Hup, hup. Hup, hup.